Visha Arsad erzähle ich dir jetzt die Geschichte von Tausend und einer Nacht, wo es in engen Gassen nach Orangen, Granatäpfeln und Oliven duftet, wo die schöne Frauen Honig Samton Seide anbieten, ein bisschen Tabak hier, einen Scheid da, in der Ferne erklingen Duff, Barbat und Haar. Und wenn ich noch anfange, von Bauchtänzerinnen zu schwärmen, würdest du merken, dass es nicht echt ist. Denn Char Sald würde längst verhaftet und von der Sittenpolizei vergewaltigt. Ich habe mich noch nicht, wenn Sie nicht, sagen Sie sind, warum Sie sind? Ich bin ein Geist, während ich bin, schluchten Sie, schluchten Sie, ich bin ein Geist, hinterher ich bin ein Geist. Aber in der Fernean ist ein Geist, Das war's, das war's, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020